ist ja wir haben jetzt hier kurzen gehabt quasi quasi wir haben jetzt die kirche und das kreuz fertiggestellt und die mega hülle kunde also was immer eigentlich sagen will er war hart am flexen und hat jetzt kreuz digger richtiger bodybuilder hat ein richtiges kreuz digger arm mal alles klar so ich habe meinen kleider verloren wusstet ihr dass wenn man dass wenn man den warm suit benutzt dann wieder anequipped dass dann die ganzen rüstungsteile wieder in das inventar kommen woher ein pfeil eine frage woher hast du denn wo ich habe ich mir gerade gekraftet woher hast du das willschwein ich habe auch viele willschweine getötet ich habe sechs klick oder so wollen wir die markt bis immer noch leuchten alter dieser wind hier junge joshua das grusigste grubeln der jeweils war die mit den ganzen leichen da wo wir das ist doch ja ich bin jetzt wieder am sneaken ja junge ich hoffe die nicht die stehen jetzt nicht auf oder so ne kacke hier skulldämpf das brauchen wir leider nicht mehr abschneiden schul schul kultig 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 ach so ja auch läuft ich meine es ist mein zukünftiger arbeitgeber guckt es wird sowieso unter der brücke enden als harter hast du kein arbeitgeber hey joscha guten news hier drin ist nichts außer fünf sticks ein handy und eine kamera und dein arbeitgeber aber das handy kannst du ja wahrscheinlich nicht aufnehmen ich kann die aufnehmen ist nur story teile weißt du es muss sich ein bisschen drehen warte adam ich fliege jetzt einfach mit dem kleider in den hausdach also in das dach wirklich also in das haus der guckt ist falsch nein diese school hat in die watt reingeguckt soll natürlich noch 98 prozent zähne die wie mache ich das so ich höre schon wieder doch ein wohnersenne ich glaube die sanity wenn du menschenfleisch ist vielleicht ist es doch nicht so kann gollum greift mich an go gollum ich bin noch einer ich noch machen 96 40 99 80 86 die dark-haired person who is trying to harm you will soon disappear from your life and you will be extremely happy okay ich verschwinde so jetzt kommt hier kommt meine gute tat heute ich habe eine ganze tafel schokolade gegessen das soll die auch machen die scheiße ich habe schon eine ganze box toffee viel gefüllt das habe ich noch vor macht das man das lohnt sich ich bin eben alle eine gute tat heute meine gute tat heute war ich habe einer nur an der supermarktkasse hier 50 cent auf okay ja in der nähe vom supermarkt ist ein klo fangen in der luft an also gar nicht an der decke sondern in der luft so und ich habe diese hülle jetzt explodet gibt es echt nichts mehr zu tun so 20 blätter einfach mal ein abstecher in paladins ich glaube ich habe einen paladins hintergrund für steam gewonnen ich weiß aber gar nicht ab welchem steam level man die einsetzen kann die ganze ich habe keine ahnung was es ist für deine und steam online videospiel bibliothek und mehr nein kein dating was haltet ihr von der konkurrenz von epic games was hältst du von der konkurrenz von mit dem geilen game store gar nix der junge das ist echt kernbehindert games so ey melvin speichert mal eben bitte die welt jo mach ich warte warte so soll ich einmal einen geldschein da reingeworfen und ihr meinte doch dass kannibalen nicht respawnen oder doch also in höhlen nicht ja gut weil ich bin gerade in einer höhle und joshar meint hier wart ihr schon aber hier ist ein geschlossener koffer und so naja die koffer können sich dabei wieder regenerieren meines wissens wenn ihr hier wirklich schon wart dann seid ihr ziemlich scheiße im exploren ja ich darf doch bitten weil ich einfach eine ganze höhle verpasst habt ihr neben dann immer 12 war offenbar halt nicht wichtig drei hier ist aber gar nichts drin ist in der anderen höhle ist aber wahrscheinlich die axt oder so oder irgendwie nein die axt ist ja nicht aber egal was hier ist ich habe ich auch leute wir haben schon wieder mutanten am start ja da ist ein dicker ja ganz dicker er heißt eric und hat gefickt ich habe geschickt er heißt er war 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 nein 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 kauf ja was denn wir töten den jetzt mit einem stick mit dem stick ihr könnt auch eric nicht mit einem stick töten ja junge vor allem wenn ich gerade gefickt habe aber die ausgabe ich weiß nicht wahrscheinlich nur in der richtung ist oder so also ich krieg keinen schaden dann können wir wenigstens schaden machen ja ja ich nehm die climbing axe an die warte jetzt sind hier noch andere am start wir haben die climbing axe ich mach den decken ich mach den decken weg damit ja einer muss ja einer fürs team einer muss leiden ja er ist tot umgefallen und hat mich dabei umgeworfen das sah gerade so aus als ob du dich richtig nice abgerollt hättest ich auf mich drauf geworfen so ich bin zurück im lager leute nice herzlich willkommen zurück guck dir mal unsere base an hier mit unserem geilen kreuz und feuer und kirche und so digga weißt du ich habe jetzt mittlerweile endlich diese rakuun von vorhin aber jetzt spiele ich auch mit einem re wir sind noch knochen adam ja entschuldigung wenn ich gerade fünf meter weit weg oh sorry digga wo habt ihr dieses kreuz her sind ihr bescheuert nein das haben wir gefunden also ist das feuer kaputt hast du das gerade kaputt gemacht nein ich nicht digga ich sehe nur wie es explodiert ist also anscheinend kann man dann mit einem repair tool warum ist da gerade ein baum gefällt zufälle gibt es dann mutant also aber das hat hier keine geboren ok so warum wirfst du eine bombe die bombe war nicht sehr effektiv zu beklagen ja die war sehr ineffektiv sehr enttäuschend was machst du gerade jan kommt unter sein tisch ja kommt unter sein tisch orgasmik jam ich schwabbelkörper hier ich bin mich gerade ohne mit diesem kack leider schon wieder es ist immer so ich figure das out und dann vergesse ich das komplett ich climb erst kann keine bäume fällen ich probiere es jetzt auch mal aus mit dem gleiter ich hasse den gleiter warte mal es ist dunkel der gleiter ist geil du bist nur jealous ja sowieso aber fuck off get rich and fuck the chins ähm get youtube fame ja und auf einmal haben wir keinen einzigen gleiter mehr in der base wir haben noch meinen wieder so ich habe das jetzt nicht so wirklich hingekriegt okay es geht wieder so ich habe es wieder hinbekommen ich habe wieder mein talent wie wieder der pilot ja ich bringe den gleiter wieder zurück das ist nicht so wichtig also ich glaube was auch geht ist wenn du einfach gleich wieder schau so viel wenn du was also ne ich nehme kreisen reicht es nicht aus aber ansonsten ich fliege jetzt einfach mal wirklich dauerhaft mit d ne leute wir haben hier noch viele einwohner in unserer base oh warte mal lassen lass mich snipen alle jetzt snipen ich brauche hilfe vielleicht sollte ich keine flugübungen über dem meer machen was ich bin gegen ein baum geflogen ich bin ins wasser gefallen und lucht hilfe warte ich brauche hilfe ich bin da lass uns bewusst dass du Hilfe brauchen das sieht man dir an so der ist tot so kann es gehen so kann es gehen 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 so geht das nicht so kann das nicht gehen okay mir ist der gleich ins loch gefallen jungs der ist ins loch geschafft das ist doch so wie soll dir die auch überhaupt nicht gefallen naja wenn ich den am rad ausziehe der unterportieren kommen jetzt zu mir zusammen du willst nach bayern kommen das ist die bewusst dass wir klasse 31 jungen reise kriterien nach bayern ja bayern ist doch ein eigenständiges land also ich bin jetzt direkt über dir ich versuche durch die wald zu fliegen aber das funktioniert das ist voll schick du bist runtergefallen du bist so ein lappen weißt du was eigentlich weißt du ganz ähnlich ich habe ich hier schon angedroht die bundespolizei muss uns damit klar dass ihr euch kloppen oder macht oder beide nein eins davon langweiler wir wollen nicht das kind rechtlich ich habe es verstanden du kannst jetzt auch wieder still sein so ich beende hiermit auch erstmal wieder diese folge die auch überwärts gebracht hat schneide folgen nein ich schneide nicht dann ist die qualität runter gesetzt auf 1.800 ja das sieht dann sogar noch schlechter aus weil ich dann einfach von 2k auf full hd skalieren muss wenn du eine hässliche statue aus gold baust ist sie immer noch hässlich ja so egal folgen ende ja und viel spaß bis zum nächsten mal